ja jaja leute und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren auch noch Minecraft TVP zusammen mit Markus alle wir spielen QuickBadWars of the Waze und los geht's dem Spiel muss jetzt darum hier ist unser Bett wir können auch betten gegen uns das Bett zerstören um zu verhindern dass sie respawnen können ja ich weiß dass ihr schnell die Mitte müssen darum hole ich mir direkt mal 36 Block und wo ist die Mitte da drüben ist die Mitte ich habe auch schon ein Eisensuppie und ich habe mir schon Sitzbeke gekauft ja dann komm dabei 9, 8, 7, achso ist zeitlich laufen geht schneller gut zu wissen ah ist ein guter Trick alles klar ich habe direkt zwei Zeit ich gehe wieder zwei Zeit und ein Gold genau weil mit der Zeit ihr seht rechts Zeit im Timeboard laufen wenn die auf 0 trifft explodiert das Bett einfach und mit diesen Nähterstellen die ich jetzt hier eben hab kann ich verhindern dass das Bett explodiert und zwar pro Nähterstellen kriegen wir wieder eine Minute länger Zeit das heißt ich verlängere es mal jetzt haben wir mal sechs und ein halb Minuten Zeit wenn die anderen noch alle ihre dreieinhalb haben und dann hole ich mir direkt mal das Silber das und das Silber das und das das und das das und dann dann ich brauche ich noch eine Kiste dann lege ich das Gold rein dann steck Blöcke Pick Eggs und Essen und dann geht es wieder zurück in die Mitte ja ich glaube der hat schon wieder Zeit ok WTF ja ich war gerade war hier schon wieder im Kampf oder was das ist jetzt schon nach dem rechts ist schon wieder gelb und sneaks irgendwie ja die kommt zu zweit oh diese viel Gold dann haut er wieder ab dann haut er wieder ab ja ich würde noch dich gut So ein Gelben aus der Welt geschlagen zweiten Gelben gekillt hmm ich habe mir schon einen Bogen machen Ja, dann mach Bogen Ich hab Bogen Unser Kollege hat auch schon Bogen Ich hab ein Gold Ne, ah, er hat Zeit Nur Gelb traut sich immer wieder zu kommen So, ein bisschen Schwert vielleicht Ah, nichts So Auf in den Kopf Ich hab nur noch kaum mehr Leben, ich muss weg Ich glaub ich hab ein Verfolger Ja, wir kommen hin Ja, du hast ein Verfolger Ich hab zwei Gold dabei So, ich hab jetzt eine Level 2 Brustplatte Level 2 Schwert hatte ich schon Bring ich mal das Zeug, was ich alles ergattert hab Beim Gelbe Tüten So, und sind die Ways rein Oh, wir haben sieben Gold Dann kann ich mir auch einen Bogen holen Was ich lieber noch sparen, auch einen besseren Einen besseren Sparen, oder? Alter, für einen neuen Dings, die hol ich So, ich hab ein Goldabfüll bei uns reingelegt Yes, ich hab ein runtergeschmissen, andere gestoßen So, wie? So, ich hab jetzt noch ein bisschen Gold, damit wir uns richtig guten Bogen holen können So, ich hab jetzt noch ein bisschen Gold, damit wir uns richtig guten Bogen holen können Ich hab jetzt noch ein Ich hab grad noch mal ein Ich hab grad noch mal ein Gold hier grad Ne, jetzt stimmt Jango, glaub ich gleich Das schwul Nein, ich hab ihn gekillt Sein Verfolger So, dann lass mich mal den besten Bogen gucken gehen Nachdem ich grad schon mit dem Scherz so abgegangen bin die Runde Zack Jetzt den Gold Und dann hier 13 1 So, ab ist der Bogen Und bist du was denn gekauft? Ich hab so viel Bullshit im Inventar, ne? Das ist unglaublich Ich hab noch so viele Level 2 Schwerter, halt, ja? Was denn dann nicht mehr in unsere Kiste rein? Mach nur jetzt Je, wir brauchen nicht so viele, die können wir nicht verbrauchen, ey Man häusende Kiste? Ja Na, dann bin ich Nicht Ja, ich hab doch grad ein rein Da müssen acht Stück drin sein Ne Ne Ah Ach dann Hab ich gesehen Wenn der W3 schwert Wenn der W3 schwert Stuck Wenn der W3 schwert rein Ich hab wieder Zeit Gut Bitte Nol Alter W3 Scheiß Wichser Ich hab den besten Bogen, der hatte keine Rüstung Das macht der nicht lang Also wir haben einfach schon wieder acht Gold in der Kiste Und unsere Bettzeit ist nur noch über sieben Minuten Und ruhe Und Rho ist dann Ich hab jetzt zwei Gold erfüllen, die Ruhe Fuck Gelb ist auch gleich explodiert Schon ne richtige Festung geworden einfach, Tirol Äh, du kannst dann demnächst mal uns Speedtränke holen Achtung Gelb kommt mit zwei Mann Achtung von hinten ja rot aber der läuft durch wieder aber der hat kein Bett wir gehen schützt die dich doch in den Arsch jungen wir sind grüner es ist dann aber du darfst es nicht wollen ja jetzt haben wir jetzt hat keiner mehr im Bett das heißt jetzt ist der Mensch auch noch aus Rüstung ich hab noch Silber ja da hat sie noch mit ihm selber und Goldäpfel waren auch noch in der Ruhe wenn er dir welche gelassen hat ja zwei ja ich hab zwei Stunden gelassen so ein roter Daun Silber hast du also das habe ich dir hingelegt Miss Gold und hol mir ein richtiges Schwert ja hol dir ein gescheites Schwert stimmst du kannst du auch noch mal hier haben wir zwei Uhr haben wir noch genug für noch ein Schwerter ja das ist gut dann nimm mir auch noch ein und nimm die Goldäpfel gefälligst wird jetzt jetzt warte du bist geschnitten bei euch ja ich hab schon zwei also ich hab mir jetzt auch in die Schnelligkeitsdrang rein solltest du vielleicht auch machen da hast du mir schwer getroffen mir die ich hab noch ganz schlecht für dich gemacht so hat er nur eins ich hab zu dir gesagt wie du noch drin warst gibst du mir dann auch so ein bisschen zu gehen das mit einem gutes gegeben ich hab's nicht ja ich muss ganz einfach was er gehört und ha ha so nein die Klinik der Schlechtelzern gleich reinziehen und nicht mehr noch in drei Minuten meine zwei Minuten er lebt noch alles ein gelber und ein blauer die Bärchen sich hier gerade ja das ist ja wie passend die dumme Leute und jetzt ist der gelbe Tod jetzt müssten wir eine Enderperle holen und ihr noch Gold ja spawnen tut noch müsste ja hast du Gold? wo ist es blau? hier drüben ist der letzte gerade durch das richtige Festungen gemacht haben hier wird schon wieder eine gebaut hat der Bogen oder was? ja na schwul aber wir auch da 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 ich bin da und die Klinik denn in die Mitte ich habe ihn Lars Kies die Erlehrung wir haben die Garni und Benworth gewonnen die Welt muss 12 Minuten 3 Sekunden und ich würde sagen müssen dass das ist in einer weiteren Folge in Minecraft pvp und bis dahin servus und tschau tschau